5, Trolli und Ralf Schumacher fahren 33, 6, Unfall! Den kann er nicht halten, aah! Böser Unfall! Ganz böser Unfall, das könnte einen Abbruch geben. Alonso, der ist im Dreck abgeflogen. Chaos! Chaos! Abbruch, Abbruch! Hier kommt's! Ist im Windschatten, lässt sich ansaugen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, ist das ein Horrorunfall! Fliegt auf die Mauer, kommt wieder zurück auf die Strecke und jetzt... Das Rennen, oh, mein Gott, und schlägt, oh, der hat brutal reingeschlagen. Mein Gott, das war viel schlimmer als das von Decker. Ja, die Pendelbewegung von Alonso ist das Böse. Der ist hier stumpf auf die Leitplanke drauf.